Nun kommen wir zu dem Teil der vertikalen Abspielung, was ja der normale Modus ist, in dem man sein Smartphone hält. In diesem Modus gibt es auch die Möglichkeit, wenn man das Video abspielt, rechts bzw. links zu drücken, um das Video ob 10 Sekunden oder mehr Sekunden zu beschleunigen bzw. an den neuen Ort zu bringen. Herzlich Willkommen! Wir freuen uns, Dich hier zu sehen und zu unserem Kanal Freude am Wort begrüßen zu dürfen. Ich bin Joel und Du bist hier richtig, wenn Du in einem YouTube-Video in 10-Sekundenschritten vorwärts bzw. zurückwärts navigieren, die Abspielgeschwindigkeit verändern möchtest und einen Direktlink zu einem Kapitel an einen Freund weiterleiten möchtest. Wir sind zu Hause und machen uns auf den Weg. Um mit YouTube vertraut zu sein, wollen wir sattelfest werden. Wir nähern uns also und satteln das Pferd, denn wir wollen reiten können und nicht vom Pferd geschmissen werden, sondern ein Profibenutzer von YouTube werden. Wir reiten noch etwas unsicher los. Unser Weg in die Stadt führt uns zum Rathaus. Denn dort gibt es Rat. Wenn Du am Smartphone bist, kennst Du diesen Screen, diese Bildschirmansicht sicherlich, wenn das Video pausiert ist. Wenn man dann auf Play drückt, sieht man, dass das Video weiterläuft und jetzt gibt es die Möglichkeit, um nach vorne oder nach hinten zu springen, mehrmals an den rechten bzw. an den linken Bildschirmrand zu klicken, also zu tippen mit dem Finger. Und dadurch kann man, wenn man da zweimal drauf drückt oder mehrmals, kann man das Video verschieben um jeweils 10 Sekunden. Und wenn man dann rechts oben auf dieses Zahnrad-Symbol drückt, sieht man folgendes Menü für die Abspielung. Das ist jetzt alles in Englisch, aber ich werde jeweils den deutschen Begriff benutzen. Man kann dort auf Captions, also auf den Untertitel drücken und in diesem Fall gibt es einen deutschen Untertitel, der automatisch generiert wurde. Wenn wir diesen auswählen und dann auf OK drücken, sehen wir, dass unten an dem Video entsprechend der Untertitel sichtbar ist. Wenn wir dann nochmal das Menü öffnen, das Zahnrad-Symbol rechts oben, dann können wir auch die Auflösung des Videos von 480p auf 1080p erhöhen. Das hat den Vorteil, dass das Video dann schärfer ist, aber das Video braucht einfach mehr Daten. Dann das Nächste, was möglich ist, ist, dass man die Abspielgeschwindigkeit erhöht. Wir gehen nochmal hier zurück. Wenn man da drauf tippt, dann gibt es die normale 100%ige Abspielgeschwindigkeit. In diesem Fall wählen wir dann 0,5, das heißt halb so schnell ist dann die Abspielgeschwindigkeit. Dann gehe ich hier wieder zurück und wähle dann 1,5-fache Geschwindigkeit, das heißt, dass das Video 50% schneller abgespielt wird. Damit kann man dann etwas Zeit sparen und gehe dann wieder zurück auf die normale Geschwindigkeit. Dann gibt es hier die Möglichkeit, die Stats for Nerds anzuzeigen. Das sind Statistikwerte, bei denen man einiges erkennen kann. Hier sieht man jetzt speziell, dass die Buffer Health, also das dritte von unten, 45,98 Sekunden ist. Das heißt, ca. 46 Sekunden hat das Smartphone schon das Video runtergeladen und diese Sekundenanzahl sollte möglichst hoch sein. Er wird dann immer wieder nachladen nach einigen Sekunden und die Connection Speed ist auch noch hilfreich. Ist aber, wie gesagt, nur für Nerds Statistiken, um wirklich zu sehen, ah ok, ist jetzt die Internetverbindung gerade schlecht oder was ist die Problematik, werden wohl recht wenig Leute brauchen. Um das Ganze wieder auszuschalten, gehen wir wieder rechts oben auf das Zahnrad und tippen wieder auf Stats for Nerds, um es ein- und auszuschalten. Genau, und mit ok schließen wir den Dialog. Jeweils, wenn man dann auf den Bildschirm tippt, sieht man dann hier links unten die Zeit, wie viele Minuten bzw. Sekunden von dem gesamten Video man schon angeschaut hat und noch einige andere Daten. Jetzt sehen wir hier, dass wenn man von unten nach oben, muss ungefähr im unteren Bereich des Videos sein, das Video nach oben zieht, dann sieht man hier Vorschläge von YouTube von anderen Videos. Man kann diese nach rechts schieben und wieder nach links, man kann sie dann wieder schließen, wenn man von oben nach unten das unterschiebt. Dann als nächstes kann man auf das nächste Video navigieren, indem man auf diesen Pfeil drückt und wie man sieht, wird direkt das Video abgespielt und man kann dann wieder zurückspringen auf das entsprechende Video, was davor war. Nun kommen wir zu dem Teil der vertikalen Abspielung, was ja der normale Modus ist, in dem man sein Smartphone hält. In diesem Modus gibt es auch die Möglichkeit, wenn man das Video abspielt, rechts bzw. links zu drücken, um das Video ob 10 Sekunden oder mehr Sekunden zu beschleunigen bzw. an den neuen Ort zu bringen. Und auch hier gibt es die Möglichkeit, das Menü zu öffnen, die Einstellungen und auch hier gibt es die Möglichkeit, die Abspieleinstellungen anzuzeigen. Und auch hier kann man die Geschwindigkeit verändern auf die Hälfte, also 50% Abspielgeschwindigkeit oder man kann den Untertitel ändern bzw. einstellen, dass er angezeigt wird. Und auch wieder eine normale Geschwindigkeit, das Video wieder in einer normalen Geschwindigkeit ausführen. Als nächstes gibt es die Möglichkeit, die Beschreibung zu öffnen. Dafür drücken wir auf More und hier sehen wir nun verschiedene Informationen, die Likes, die Views und wann das Video hochgeladen wurde. Und dann im unteren Bereich sehen wir die Beschreibung, die in diesem Fall relativ lang ist. Hier am Ende des Videos in diesem Fall, aber generell gibt es die Möglichkeit, die Kapitel durch Zeitmarkierungen anzugeben. Das heißt, in diesem Fall gibt es die Begrüßung. Wenn wir da draufklicken, sehen wir oben, dass das Video direkt an den Anfangen, also die 0. Sekunde gesprungen ist. Wir können dann auch auf Was tun an die 23. Sekunde hinspringen bzw. dann nach 49 Sekunden, nach einer Minute 20 und nach einer Minute 40, also an jeden Punkt hinspringen, der mit einem Kapitel markiert ist. Im unteren Bereich, wenn wir ganz nach unten navigieren, sehen wir die Kapitel, Chapters, steht jetzt hier drüber im Englischen. Dort können wir auch wieder das Ganze nach rechts bzw. nach links schieben. Und rechts oben gibt es dann diesen View All Knopf, auf den wir dann drücken können, um nochmal das Ganze im Vertikalen zu sehen. Und hier gibt es die Möglichkeit, auf einen bestimmten Pfeil nach rechts zu drücken. Wenn wir das tun, öffnet sich ein Menü nach gewisser Zeit und dort haben wir dann verschiedene Möglichkeiten, den Link zu kopieren bzw. mit jemand anderem zu teilen. Ich drücke hier dann auf Kopieren in die Zwischenablage, öffne einen neuen Tab und füge dort dann den entsprechenden Link ein. Wie man sieht, ist der relativ kurz und am Ende steht dann T gleich 49. 49 steht in diesem Fall für die Sekunden und diesen Link öffne ich dann in einem neuen Tab und wie man sieht, wird das Video direkt von der 49. Sekunde abgespielt. Als wir aus dem Rathaus kommen, sind wir um einige schlauer. Unsere Erwartungen wurden übertroffen. Wir können weit aufs Meer, als erhofft. Als Profi galoppieren wir also wieder nach Hause und freuen uns über die gewonnenen Erkenntnisse. Ich habe folgende Optionen für dich, die Stadt weiter kennen zu lernen. Das ist einячiges. Zuhafft. Ich habe folgende Zettel. Jetzt kann man mit einer Beziehung. Das ist eine Unterricht. Das ist eine Zeit. Wir können uns über die Wandermissionen hier inne. Wenn wir es umgewöhnend zu machen, können wir in einem neuen Tabgen als erwähnen. Dann können wir uns über das Erfahrung zu lernen. Vielen Dank.